Hallo Leute, hier ist wieder Tanzverbot. Und ich wollte euch heute eigentlich nur mal sagen, dass ich meine Arbeit gekündigt habe und jetzt von YouTube leben möchte. Und das bis jetzt auch wunderbar funktioniert. Gut, es funktioniert erst einen Tag, aber ich habe ja so die Daten ein bisschen analysiert. Und ich bin der Meinung, dass es doch auch kein Fehler war, meine Arbeit zu kündigen, um von YouTube leben zu können. Wie gesagt, ich habe das alles so getestet und ich bin auf einem sicheren Standfuß. Ich habe mir ein bisschen Geld zurückgelegt. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann habe ich genug Zeit, um mir wieder eine Arbeit zu suchen. Und deswegen, ja, ihr habt mich dazu gebracht. Ich kann jetzt von YouTube leben. Und es wird auf jeden Fall, YouTube Deutschland wird auf jeden Fall ziemlich aufgeräumt werden jetzt. Weil da sind so ein paar Leute bei, die gefallen mir überhaupt nicht. Ja, ich habe es endlich geschafft. Viele werden darauf wahrscheinlich neidisch sein und sagen, das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Es geht sehr wohl, ich mache es ja gerade. Wunderbar, 1A funktioniert das bis jetzt. Und es wird viel auf euch zukommen. Viel geiles Videomaterial. Stellt euch einfach meine Qualität mal zwei vor. Alter Schwede. Das werden Bomben-Videos. Ich werde mich auch mit vielen YouTubern treffen und machen wir zusammen Videos und so. Ein paar größeren, weil die mich färben und so. Naja, das ist typisch eben. Auf jeden Fall wollte ich es euch nur mal sagen. Es ist nur dank euch möglich, Leute, Alter. Ich kann jetzt schön zu Hause chillen und ein paar Videos maken. Auf jeden Fall. Danke für alles und haut rein. Vielen Dank.